Willkommen zurück zu Medizintechnik 2 und heute wollen wir uns etwas über Röntgenstrahlung unterhalten. Zunächst wollen wir ein bisschen auf die Geschichte der Röntgenstrahlung eingehen, dann wollen wir in diesem Video noch über die Erzeugung von Röntgenstrahlung sprechen und in späteren Videos über diesen physikalischen Effekt werden wir dann noch genauer eingehen auf die eigentliche Interaktion von Röntgenstrahlung mit den Untersuchungsobjekten, also den Patienten, und wie diese dann am Ende gemessen werden können und ein Bild daraus entsteht. Wollen wir zunächst anschauen, wie Röntgenstrahlung überhaupt entdeckt wurde. Das ist durch Wilhelm Konrad Röntgen und zwar am 8. November 1895 passiert und schon am 28. Dezember, also gesamte Weihnachtszeit hindurch, hat er gearbeitet an seiner Entdeckung, über die er völlig begeistert war und konnte dann am 28. tatsächlich die erste Veröffentlichung einreichen, die er dann auf Deutsch veröffentlicht hat über eine neue Art von Strahlen, in denen er selber natürlich nicht den Begriff Röntgenstrahlung verwendet hat, sondern noch von x Strahlen sprach. Später wurde dann zur Ehrung seiner Persönlichkeit das Ganze umbenannt in Röntgenstrahlung. Wir sehen hier unten ein Bild von Röntgen und rechts das erste Röntgenbild, das überhaupt gemessen wurde. Das zeigt hier eine Hand. Wir sehen deutlich, dass sich die Knochen in der Hand kennen lassen und wir sehen auch am Ringfinger eine etwas größere Ausbeulung. Das hier ist tatsächlich der Ring seiner Ehefrau, der hier dargestellt ist. Heute sind Röntgenstrahlen natürlich immer noch in Verwendung, nur die Bildqualität ist deutlich besser. Wir sehen hier links ein Bild von einer Mammographie. Diese wird zur Diagnostik, insbesondere auch zur Prävention von Krebs eingesetzt, Brustkrebs. Rechts sehen wir ein Brustbild. Wir sehen hier deutlich, dass man in der Mitte den Schatten des Herzens sieht und die beiden hellen Flecken sind die Lunge, die also deutlich weniger absorbieren und man sieht auch den Schatten der einzelnen Rippen recht deutlich hervorstehen. Und wir merken schon, dass wir mit Röntgenstrahlung eben sehr dichte Dinge sehr gut darstellen können. Nun, was ist Röntgenstrahlung überhaupt? Das ist genauso eine elektromagnetische Welle wie das sichtbare Licht. Hier haben wir mal das ganze Spektrum dargestellt, die wir tatsächlich nutzen können. Das reicht von langwelligen Radiowellen bis hin zu Mikrowellen. Dann Infrarotstrahlung. Das sichtbare Licht, das wirklich nur einen kleinen Teil des elektromagnetischen Spektrums ausmacht. Dann ultraviolettes Licht und dann folgen schon die ersten Röntgenstrahlen bis hin zu sehr hochenergetischen Strahlen, sogenannte Gammastrahlen. Wir können feststellen, dass wir solche elektromagnetische Strahlung über die Wellenlänge charakterisieren können und bei der Wellenlänge Lambda hier werden wir Röntgenstrahlung ungefähr im Bereich von 10 hoch minus 8 bis 10 hoch minus 11 Meter finden. Tatsächlich können wir Röntgenstrahlung auch über die Energie charakterisieren und die hängt genau umgekehrt proportional mit der Wellenlänge zusammen. Das heißt, je kurzwelliger das Licht, desto höher ist die Energie. Und um die Energie zu berechnen, können wir die Wellenlänge hernehmen und brauchen dann noch die Planckkonstante h und die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Trägermedium c0. Bei uns wäre das jetzt hier die Lichtgeschwindigkeit. Also Lichtgeschwindigkeit mal Planckkonstante durch die Wellenlänge ergibt uns die Energie. Und typischerweise messen wir das in Elektronenvolt. Und ein Elektronenvolt ist eben genau die Energie, die entsteht, wenn man ein Elektron mit einem Volt beschleunigt. Und man kann sich das als kinetische Energie, also als Bewegungsenergie vorstellen. Der eigentliche Bildgebungsprozess entsteht dann durch Absorption. Das heißt, die Photonen werden irgendwo im Körper aufgenommen, also absorbiert. Und je mehr Photonen aufgenommen werden, desto mehr Kontrast sieht man dann auch, wir haben das schon gesehen, in dichten Materialien wird mehr absorbiert. In nicht so dichten Materialien, wie zum Beispiel der Lunge, wird weniger absorbiert. Das führt dann natürlich auch zu den Effekten, dass wir eben Knochen sehr gut darstellen können. Und bei weicheren Geweben, wie den unterschiedlichen Geweben im Atom, haben wir deutliche Schwierigkeiten, die im Röntgenbild abzugrenzen. Das ist nahezu unmöglich. Ein weiterer Effekt, der noch eine große Rolle spielt, ist natürlich die Energie selber. Und wir werden noch im Verlauf der nächsten Videos sehen, dass Photonen mit höherer Energie weniger wahrscheinlich absorbiert werden, als Photonen mit niedrigerer Energie. Im Wesentlichen müssen wir uns dann mit mehreren Effekten auseinandersetzen. Das ist einmal die Ausbreitung von Röntgenstrahlen. Hier nehmen wir an, dass diese prinzipiell auf geraden Linien erfolgt. Also wir mit Drahtstrahlen argumentieren können und wir eine perfekte Linie haben, auf der sich die Röntgenstrahlung ausbreitet. Typischerweise interessiert uns dann die Linie von der Quelle zu dem entsprechenden Detektorpixel, auf dem wir dann herausfinden wollen, was auf dem Weg passiert ist. Weiterhin spielen auch die Effekte der Brechung eine Rolle. Allerdings ist diese bei Röntgenstrahlung sehr gering. Und das ist auch einer der Gründe, warum es so schwierig ist, Röntgenlinsen zu bauen. Es findet auch noch Beugung statt. Und Beugung passiert immer genau dann, wenn elektromagnetische Wellen hier Licht an einer Kante oder durch einen dünnen Schlitz vorbeilaufen. Und dann entstehen sogenannte Beugungsmuster. Und diese werden wir uns noch genauer ansehen, wenn wir über Phasenkontrastbildgebung sprechen, was wir in einem späteren Video tun werden. Nun sehen wir uns an, wie Röntgenstrahlen generiert werden. Dazu ist eine Beschleunigung von Elektronen notwendig. Was passiert ist, dass Elektronen aus einer Kathode herausgelöst werden und dann durch die Spannung beschleunigt werden, um auf den Anodenteller einzuschlagen. Beim Einschlagen entstehen dann die Röntgenstrahlen. Damit sich Elektronen auch frei bewegen können, ist es notwendig, das Ganze im Vakuum durchzuführen. Das ist hier durch die Ellipse angedeutet. Das ist also eine vakuumierte Röhre, wo dann von der Kathode Elektronen auf die Anode geschossen werden und dort entstehen dann die entsprechenden Röntgenstrahlen. Die Kathode hat typischerweise die Form einer Kappe, in der man dann das Filament findet. Diese finden sich typischerweise so angeordnet, dass es eine Längsrichtung gibt und eine Breitenrichtung. Und die Breitenrichtung versucht man möglichst dünn zu machen, damit man einen möglichst kleinen Brennfleck in eine Richtung produzieren kann, aber immer noch hinreichend viele Röntgenquanten generiert werden, um ein solides Bild herzustellen. Hier sehen wir einen etwas älteren Aufbau von einer statischen Anode. Hier wird also quasi von der Kathode werden Elektronen beschleunigt, die dann auf den Anodenteller geschossen werden, ohne damit entsprechende Röntgenstrahlung zu erzeugen. Typischerweise solche stationären Röhren finden sich im Allgemeinen in Anwendungen, wo wir eben lange Belichtungszeiten ermöglichen können. Zum Beispiel gibt es noch dentale Röntgenanlagen, die das einsetzen. Viel weiter verbreitet sind rotierende Anoden, die ermöglichen viel kürzere Belichtungszeiten und damit auch kleinere Fokusgrößen und höhere Auflösung. Bei der Belichtung haben wir natürlich mehrere Effekte abzuwiegen. Also wenn wir viel Leistung einsetzen, dann können wir sehr kurze Belichtungszeiten erreichen, weil wir in kurzer Zeit sehr sehr viele Photonen generieren. Mit einem kleinen Fokus können wir sehr scharfe Bilder generieren und wir können auch die Energie variieren, um verschiedene Kontraste zu erzeugen. Natürlich ist es interessant kosteneffizient zu produzieren und wir sehen schon, dass wenn wir weniger bewegende Teile haben, sind die Röhren natürlich auch viel billiger. Das heißt eine stationäre Röhre lässt sich billiger produzieren als eine mit einem rotierenden Anodenteller. Und weiterhin haben bewegliche Teile natürlich auch entsprechende Wartungszeiten und können sich auf die Haltbarkeit der Röhre auswirken, weswegen natürlich bewegliche Röhren, rotierende Röhren auch entsprechend aufwendiger in der Wartung sind. Fokusgröße ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir typischerweise ja, wenn wir Geometrie besprochen haben, so weit gehen wir davon aus, dass wir eine Punktquelle haben und dieser Punkt ist halt unendlich klein und damit können wir Abbildungen erzeugen. Bei Röntgen sehen wir jetzt schon, dass wir eine Fokusgröße mit einer endlichen Ausdehnung haben und damit ist sie eben nicht mehr unendlich klein. Und je größer diese Ausdehnung ist, desto unschärfer wird das Bild, was wir hier durch diesen Penumbra-Effekt zeigen. Wir können also hier die beiden Strahlen von dem Rand des Fokuspunktes verfolgen und sehen dann, wenn wir so ein Objekt abbilden würden, dann entsteht da ein entsprechender Ring außenrum, der eben eine Verschmierung verursacht und je kleiner der Fokuspunkt ist, desto besser lässt sich dieses Objekt abbilden. Natürlich entsteht beim Einschlagen der Elektroden auf dem Anodenteller nicht nur Röntgenstrahlung, sondern zu 99%, round about 99%, entsteht da auch Wärme. Um jetzt ein Durchbrennen des Anodentellers zu vermeiden, setzt man heutzutage rotierende Anoden ein. Das heißt, dieser Anodenteller dreht sich unter dem Brennfleck weg und damit ist dann der Kathode immer ein anderes Stück Anode gegenüber, aus der dann Röntgenstrahlung generiert wird. Diese kann zusätzlich noch mit entsprechenden Kühlungen versehen werden, damit man eben schneller die Hitze abtransportieren kann, die beim Einschlag entsteht. Mit den rotierenden Anoden kann man damit viel kleinere Fokusgrößen erreichen, weil wir eben auf einer kleineren Fläche dann natürlich mehr Elektronen einschlagen lassen können, um mehr Photonen zu generieren. Wir sehen hier eine Abbildung einer solchen Röntgenquelle mit rotierendem Anodenteller. Hier ist momentan nur die Glashörer mit dem Vakuum gezeigt. Natürlich ist das normalerweise eingebettet in ein entsprechendes Gehäuse, das ein Entweichen der Röntgenstrahlung in alle Richtungen verhindert. Hier sehen wir schematisch dieses Gehäuse abgebildet, in dem dann auch am oberen Ende ein Fenster eingebaut ist, durch das dann die Röntgenstrahlung entweichen kann. Und wir sehen weiterhin, dass wir eben auch einen Rotor brauchen, um die Anode zu drehen, die Kathode, die die Elektronen erzeugt, die auf dem Anodenteller einschlagen. Wir sehen auch, dass der Anodenteller leicht gewinkelt ist, um eine bevorzugte Richtung zu ermöglichen, dass also quasi die Röntgenstrahlen hier in dem Beispiel möglichst nach oben entweichen und den Glastubus mit dem entsprechenden Vakuum. Die Beschleunigungsspannungen liegen in der Größenordnung 20 bis 150 Kilovolt. Die Ströme, die dabei eingesetzt werden, liegen für kontinuierliche Anwendung bei 1 bis 5 Milliampere. Für schnelle Belichtungen in einem einzelnen Puls werden aber auch von 0,1 bis 1 Ampere tatsächlich eingesetzt. Wir können uns jetzt auch ein bisschen das Röntgenspektrum ansehen. Wir haben ja schon gesehen, dass die Röntgenstrahlung unterschiedlichen Wellenlängen vorkommt. Wir haben weiche Röntgenstrahlung, die mit bis zu 1 Kilovolt Beschleunigungsspannung erzeugt wird. Und die liegen dann in der Größenordnung von 10 bis 1 Nanometer Wellenlänge. Dann gibt es so durchschnittliche Röntgenstrahlen mit bis zu 10 Kilovolt und die harte Röntgenstrahlung, die wir dann tatsächlich auch für die diagnostischen Zwecke einsetzen, die zwischen 10 und 120 Kilovolt liegt. Diagnostisch werden bis zu 150 Kilovolt eingesetzt. Dann liegen wir bei den Wellenlängen zwischen 0,1 bis 0,01 Nanometer. Weiterhin müssen wir beachten, dass wenn wir Röntgenstrahlung generieren, dass nicht immer die Energie von einem Elektron vollständig in ein Photon umgewandelt wird. Wir haben ja schon gehört, dass die Anode sich dabei auch erhitzt. Das heißt, es sind unterschiedliche Effekte, die auftreten. Und für die Erzeugung von Röntgenstrahlung gibt es zwei wesentliche Effekte. Das ist einmal die Bremsstrahlung und die charakteristische Strahlung. Und wir sehen das hier, dass die Bremsstrahlung im Prinzip so ein kontinuierliches Spektrum ergibt. Hier unten sehen wir quasi diese Abbildung der relativen Intensität nach oben aufgetragen, nach rechts aufgetragen, die Photonenenergie. Wir sehen, dass die höchste Energie, die hier auftritt, bei 120 Kilo Elektronenvolt liegt. Das heißt, hier wurde eine Beschleunigungsspannung von 120 Kilovolt verwendet. Und die höchste Photonenenergie, die dabei entstehen kann, ist quasi die gesamte kinetische Energie von einem Elektron, die dann in ein Photon umgewandelt wird. Sprich 120 KV Beschleunigung mal das eine Elektron 120 KV. Alle anderen Energien darunter werden durch den probabilistischen Bremsstrahlungseffekt erzeugt. Das heißt also, dass in der Hülle der Atome des Anodenmaterials die einschlagenden Elektronen abgebremst werden und dabei wird zum einen Energie erzeugt, zum anderen aber auch neue Photonen. Der andere Fall ist charakteristische Strahlung und bei charakteristischer Strahlung wird eben ein einzelnes Elektron ionisiert und das führt dazu, dass nur Energien einer bestimmten Größenordnung vortreten kann. Diese sehen wir hier als charakteristische Ausschläge im Spektrum unserer Röntgenquelle. Schauen wir uns das Ganze nochmal im Detail an. Bei der Bremsstrahlung, wie gesagt, können zwei Dinge passieren. Das Wahrscheinlichste ist, dass ein Abbremsen und eine Änderung der Richtung erfolgt und dadurch entsteht Hitze. Was etwas weniger wahrscheinlich ist, ist, dass das Elektron abgebremst wird, aber gleichzeitig ein Photon entsteht und dieses Photon führt dann zum Effekt der Bremsstrahlung und es erzeugt dann ein Photon, das von der Energie her genau zwischen Null liegen kann und der Beschleunigungsspannung mal der Elektronenladung. Dabei beobachten wir, dass die relative Bremsstrahlung natürlich mit der steigenden kinetischen Energie der Elektronen ebenfalls steigt und sie ist weiterhin auch abhängig von der Ordnungszahl des Anodenmaterials Z. Bremsstrahlungsphotonen sind die, die die meiste Strahlung erzeugen und auch die, die für die diagnostische Bildgebung wesentlich sind. Nun, die charakteristische Strahlung entsteht, wenn ein Elektron nun in der Hülle des Atoms eine Interaktion begeht. Es wird quasi ein Atom ionisiert und ein neues Elektron fällt dann von der äußeren Hülle hinunter zu der entsprechenden K-Schale und füllt dieses Loch auf. Dabei entsteht dann Strahlung und diese Strahlung hat genau die charakteristische Energiestufe, die eben beim Herabfallen des Elektrons auf die entsprechende Schale entsteht. Am Beispiel Wolfram können wir hier diese verschiedenen Energien quantifizieren und wir sehen, dass im Wesentlichen nur unterschiedliche Übergänge möglich sind und genau diese unterschiedlichen Ausschläge sind die charakteristischen Peaks, die wir vorhin in dem Energiespektrum gesehen haben. Das heißt, wenn ich das Energiespektrum exakt messen kann, kann ich auch herausfinden, welches Anodenmaterial verwendet wurde. Zu sagen ist an dieser Stelle immer noch, dass wir die meiste Energie natürlich in Hitze verlieren, wenn wir zum Beispiel mit 80 Kilovolt Beschleunigungsspannung, 80 KVP benutzen, Peak Voltage KVP, dann entstehen ungefähr 99,4 Prozent Hitze und 0,6 Prozent davon Röntgenstrahlung. Sehen wir uns hier ein paar Beispiele für Spektren an. Diese Spektren wurden jetzt mit unterschiedlichen Beschleunigungsspannungen, also 80 KVP, 100 KVP, 110 KVP bis 140 KVP erzeugt und wir sehen, welche Linie zu welchem Spektrum passt, können wir natürlich leicht ermitteln, weil genau bei dem 80 KVP Spektrum die maximale Energie, die auftreten kann, bei 80 KVP liegt. Genauso verhält es sich für das 140 KVP Spektrum. Dieses liegt bei einer maximalen Energie von 140 KVP. Weiterhin sehen wir, dass die entsprechende Energieverteilung sich dann darunter sammelt. Hier wurde immer dasselbe Anodenmaterial verwendet, deswegen sehen wir auch immer dieselbe charakteristische Strahlung. Weiterhin können wir sehen, dass bei geringerer Beschleunigungsspannung natürlich auch proportional mehr Energie in den niedrigeren Energien liegt. Schauen wir uns den Effekt des Wirkungsgrads nochmal genauer an. Um den Wirkungsgrad zu berechnen, müssen wir die gesamte Leistung im System kennen und diese teilen wir dann durch die Beschleunigungsspannung mal den Beschleunigungsstrom und dies ermöglicht es uns, Eta zu berechnen. Und tatsächlich gibt es für Eta auch eine Faustformel und diese Faustformel hier können wir den Wirkungsgrad schätzen. Dafür müssen wir die konstante k erkennen, die hier mit 1 mal 10 hoch minus 9 geteilt durch Volt angegeben ist, mal die Beschleunigungsspannung mal die Ordnungszahl z des Anodenmaterials. Wenn wir hier zum Beispiel Wolfram einsetzen, dann sehen wir, dass wir mit 100 Kilovolt Beschleunigungsspannung etwa einen Wirkungsgrad von 0,7 erreichen können. Das heißt auch, dass 99,3 Prozent in Wärme abgegeben werden. Und wir können natürlich auch damit wieder zurückrechnen, was die gesamte Röntgenleistung ist, die dadurch abgegeben wird. Und das ist natürlich Eta mal dem Strom mal die Spannung. Nun, ich hoffe, ihr konntet bis hier nachvollziehen, wie wir überhaupt diese Röntgenstrahlung entstehen lassen. Die wichtigen Punkte dabei sind natürlich, dass die Röntgenstrahlung nicht nur eine einzelne Energie hat, sondern ein ganzes Spektrum an Energien generiert wird. Das heißt also, wir sind auch mit modernen Röntgenrädern nicht in der Lage, einzelne Röntgenenergien zu erzeugen, sondern wir erzeugen immer viele davon. Das einzige, was wir festlegen können, ist durch die Beschleunigungsspannung die maximale Energie, die auftritt. Wir können noch mit zusätzlichen Filtern, also durch Einsetzen von entsprechenden Metallen dafür sorgen, dass wir niedrige Energien wieder herausfiltern, aber trotzdem haben wir immer den Effekt, dass wir eine ganze Wahrscheinlichkeitsverteilung an Energien erhalten, wenn wir Röntgenstrahlung erzeugen. In den nächsten Videos werden wir uns dann ansehen, wie Röntgenstrahlung mit dem Körper, mit Materie interagiert und dann werden wir ansehen, wie es eigentlich zu den Röntgenbildern kommt und noch genauer untersuchen, wie sich dort bestimmte Bildeigenschaften verhalten, zum Beispiel das Rauschen in Bildern. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon, euch im nächsten Video zu sehen.